Machen wir mal so. Beide Hände kreuzen und beide Hände gleich. Beide Hände hoch und beide Hände hoch und beide Hände kreuzen und beide Hände gleich. Rechts und rechts und hoch und hoch und rechts und rechts und links und links und hoch und hoch und links und links und rechts. Beide Hände hoch, beide Hände hoch und beide Hände kreuzen und beide Hände gleich. Beide in der Hohen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön!